Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen und den Entscheidungsbäumen. Heute geht es um das Problem des Overfittings bei den Entscheidungsbäumen und wie man es in den Griff kriegt. Die Lösung ist hier nämlich das sogenannte Prunen. Das kommt von keiner Ahnung was und ja, wir wollen uns das jetzt einfach mal kurz an unserem Beispiel angucken. Hier haben wir ja gesehen, alle Trainingsbeispiele sind schon true, sobald es irgendwie bewölkt ist. Wobei, wir machen es hier drüben, alle Trainingsbeispiele hier sind schon false, sobald es irgendwie bewölkt ist, äh, regnet. Okay, jetzt nehmen wir einfach mal an, wir hätten hier trotzdem noch unterteilt nach Temperaturen wie kühl und heiß. Nur, dass wir hier jetzt eben true bekommen, weil es eben dann schön warm ist und hier false. Gut, das Problem ist, dass wir zum Beispiel in unseren Trainingsdaten Rauschen hatten. Das heißt, die heißen, ähm, also hier bei heiß gleich true, haben wir vielleicht ein einziges Mal eine Ausnahme gemacht. Oder es stimmt gar nicht, irgendjemand hat Gerüchte verzapft, dass wir Fahrradfahren waren, obwohl wir es gar nicht waren. Oder wir haben gelogen, weil wir uns so cool fühlen, wenn wir Fahrrad fahren. Und, ähm, was wir dann eben haben, ist hier ein verrauschtes Trainingsbeispiel. Aber dieser kleine Zweig hier unten, der existiert halt trotzdem, wenn wir unseren Baum trainieren. Und das nennt sich dann Overfitten. Er hat quasi unsere Beispiele wieder mal auswendig gelernt. Und wir wollen eigentlich diesen Zweig mit heiß gleich true hier gar nicht haben, sondern das war eine Ausnahme oder sowas. Und standardmäßig sagen wir bei Regen, es ist false. Das heißt, hier sind auch die meisten Beispiele drin. Wenn wir das Ganze jetzt aber in der Praxis laufen lassen, dann fragt sich unser, ähm, unser Klassifikator jedes Mal, wenn es regnet, okay, ist es denn wärmer als 25 Grad? Und wenn es wärmer war als 25 Grad, dann sagen wir, wir gehen Fahrradfahren. Das ist aber falsch, wir wollen gar nicht Fahrradfahren gehen. Und dann haben wir nämlich ein Problem, dann machen wir nämlich einen riesen Fehler auf den echten Daten. Nur weil wir ein einziges Mal in unseren Trainingsdaten eine Ausnahme drin hatten. Also ein sogenannter, ähm, sogenanntes Rauschen. Okay, und was man dann eben macht, ist folgendes. Da gibt es diesen Reduced Error Pruning Algorithmus. Der nimmt einfach unseren Baum und fängt diesmal nicht oben an, sondern unten. Und entfernt nach und nach die Knoten. Also wir sagen jetzt hier, okay, kann ich das hier entfernen? Und einfach mal den Durchschnitt nehmen. Also ich habe hier oben in Temperatur immer noch einen gewissen Datensatz. Nämlich alle, die bei Wetter gleich Sonne haben. Das heißt, ich nehme hier einfach statt die Unterteilung in Temperatur, warm und kalt, nehme ich einfach direkt meinen Datensatz hier und lösche die beiden Unterknoten und schreibe hier einfach den Durchschnitt hin. Das heißt, ich habe hier am Ende zum Beispiel mehr True als False gehabt in meiner Trainingsmenge und habe hier dieses True. So, dann wird ausprobiert, habe ich jetzt mehr Fehler in der Praxis. Das heißt, ich brauche noch einen weiteren Trainingsdatensatz, den ich aber nur zum Testen benutze und benutze diesen Testdatensatz, um zu prüfen, wie gut ist denn jetzt mein Baum. Dann kriegen wir hier einen erhöhten Fehler, weil wir wollen nicht immer bei Sonne Fahrradfahren gehen, weil es zu heiß ist. Dann wollen wir eben nicht. Das heißt, man macht diese Operation wieder rückgängig. Man macht genau das wieder hin. Gut, bei Wolken, naja, da kann man nicht wirklich irgendwas prunen. Man könnte jetzt hier den ganzen Ast mit Wolken löschen, aber dann hätten wir überhaupt keine Informationen. Das heißt, den sparen wir uns. Und dann gehen wir eben hier rüber und sagen, okay, wir löschen diesen Knoten. Also hier das hier unten kommt weg. Und wir schreiben hier direkt den Durchschnitt hin. Naja, der Durchschnitt war, wir hatten ein positives Beispiel und keine Ahnung 100 negative. Das heißt, wir haben hier eigentlich ein False. So, und jetzt wird wieder geprüft auf unserem Testdatensatz. Wie gesagt, es muss ein ganz, ganz anderer Datensatz sein als euer Trainingsdatensatz, sonst habt ihr da nämlich ein Problem. Also wie gesagt, wirklich zwei komplett unabhängige Datensätze. Gut, dann macht man hier eben diesen Test mit dem Testdatensatz. Und wir merken, aha, es hat sich eigentlich nicht verschlechtert. Im Gegenteil, unsere Beispiele sind sogar jetzt im Test besser klassifiziert worden. Und dann bekommen wir diesen Baum wieder raus. Und da ist das Overfitting-Problem gelöst. Das heißt, wir haben hier nicht dieses Temperaturstehen, sondern direkt bei Regen gleich False. Und wenn es dann halt mal so eine Ausnahme gibt, dass wir halt mal doch Fahrrad fahren, dann liegt halt unser Klassifikator mal ganz, ganz, ganz selten falsch. Aber das kommt vor. Man kann eh keinen perfekten Klassifikator bauen, sondern irgendwas so um die 96% ist schon verdammt gut. Okay, ja, das ist im Prinzip der Reduced Error Pruning Algorithmus. Es wird vielleicht noch weitere geben. Was natürlich ein großes Problem von diesem Datendingens ist, ist, dass wir unseren Datensatz, den wir eigentlich zum Trainieren wollen, den müssen wir aufteilen und zwar in 50-50 oder sowas. Einmal zum Testen und einmal zum Trainieren. Und dadurch brauchen wir quasi doppelt so viel Daten, was echt ein Problem teilweise ist. Aber es lässt sich leider nicht ganz vermeiden. Okay, ja, wie gesagt, das war es eigentlich auch schon wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.